Franz List an Franz Brändel 8. November 1862 Verehrter Freund, Sie haben von dem Trauerschlag gehört, der mich Mitte September getroffen. Bald darauf kam Monsieur Olivier nach Rom und während seines hiesigen Aufenthalts, der sich bis zum 22. Oktober ausdehnte, war ich sozusagen unzurechnungsfähig für anderwärtige Angelegenheiten. Die letzte Woche musste ich im Bett verbringen. Daher die lange Verspätung meiner Antwort. So wie ich mir die Sachlage der Tonkünstlerversammlung verdeutliche, fällt es mir schwer, einen maßgebenden Rat zu erteilen. Es handelt sich hier nicht von theoretischen, wohl aber von ganz praktischen Dingen, auf welche letztere mein Einfluss leider ein sehr beschränkter ist. In meinem vorhergehenden Schreiben glaube ich, Ihnen schon gesagt zu haben, dass ich gerne bereit bin, falls Sie sich für Prag entscheiden, die Eingabe an das österreichische Ministerium behufs der staatlichen Unterstützung mit zu unterzeichnen. Gleichzeitig deutete ich Ihnen an, dass mein Cousin Dr. Eduard List die betreffende Eingabe am besten redigieren würde, nach einem ihm zugesandten Konzept und sich überhaupt in dieser Angelegenheit mit gutem Rat und Fördern der Tat bewähren könnte. Meinerseits würde ich auch die Mühe nicht scheuen, um ein günstiges Resultat für die Sache der Tonkünstlerversammlung von Seiten der österreichischen Regierung zu erlangen. Zum Voraus garantieren kann ich es freilich nicht, doch halte ich es nicht für unmöglich und wenn es an der Zeit sein wird, will ich Ihnen Näheres darüber mitteilen. Zunächst stellt sich aber für mich die Frage, ob ich mich persönlich an einer im Jahre 1863 stattfindenden Tonkünstlerversammlung beteiligen kann. Und leider muss ich mir diese Frage entschieden negativ beantworten. So viel davon können Sie indessen als ungefähr bestimmt annehmen. Zu einem dauernden Aufenthalt in Deutschland habe ich weder Aus- noch Absicht. Wahrscheinlich aber komme ich im Laufe des nächsten Sommers ob eines etwa dreiwöchentlichen Besuchs bei meinem gnädigen Herrn, dem Großherzog nach Weimar. Von Weimar aus komme ich auch zu Ihnen nach Leipzig und kehre dann wieder über Triest oder Marseille hierher zurück. Anträge für Konzertaufführungen meiner Werke unter meiner Leitung sind mir in letzter Zeit von mehreren Orten gestellt worden. Noch gestern erhielt ich von London einen briefähnlichen Inhalts, den ich, wie die übrigen, mit verbindlichen Dank und Entschuldigungen beantworten werde. Ich bin fest entschlossen, längere Zeit hier ungestört, unaufhaltsam und konsequent fortzuarbeiten. Nachdem ich die mir gestellte symphonische Aufgabe in Deutschland, so gut ich es vermochte, zum größeren Teil gelöst habe, will ich nunmehr die Oratorische, nebst einigen zu derselben in Bezug stehenden Werken erfüllen. Die Legende der heiligen Elisabeth, welche seit ein paar Monaten gänzlich beendet ist, darf nicht isoliert bleiben und ich muss dafür sorgen, dass die gehörige Gesellschaft für dieselbe heranwächst. Anderen Leuten mag diese Sorge als etwas Geringes, Unnützes und jedenfalls Undankbares und wenig Einträgliches erscheinen. Für mich ist es der einzige Kunstzweck, den ich anstreben muss und welchen ich alles Übrige zu opfern habe. In meinem Alter, 51 Jahre, ist es geraten, zu Hause zu bleiben. Was man zu suchen hat, findet sich inwendig, nicht auswärts. Und nebenbei gesagt fehlt es mir ebenso sehr an Lust, mich herumzutreiben, als an den dazugehörigen Geldmitteln. Doch genug von meiner geringen Person. Sehen wir gleich über zu den zwei Mordskerlen, welche nach ihrer Meinung eine Hauptrolle bei der nächsten Tonkünstlerversammlung spielen sollten. Berlioz und Wagner Die Zusammenstellung schien mir zuerst unter den jetzigen Umständen sonderlich. Insoweit, als ihre zweiköpfige Persönlichkeit hineingezogen wird, halte ich sie sogar für unmöglich. Nehmen wir also jeden aparte. A. Berlioz Nach den stattgefundenen und gedruckten Vorgängen scheint es mir mehr als zweifelhaft, dass sich Berlioz entschließen könnte, die musikalische Leitung der Tonkünstlerversammlung zu übernehmen, selbst wenn Benazet en personne sich als Vermittler aufstellte. Außerdem wäre sein moralischer Einfluss bei dem Feste und den Verhandlungen ein hemmender und störender. Lassen wir also Berlioz in Paris oder Baden-Baden und begnügen wir uns konsequent zu bleiben und ihm unsere Verehrung zu bezeigen durch Aufführung eines seiner größeren Werke. Vielleicht das Tedeum, wenn ich nicht irre, so dauert es eine große Stunde. Für Prag wäre diese Wahl geeignet, wenn nicht das Requiem vorgezogen werden sollte. Auch könnte man auf beide zusammen reflektieren, die ein Konzert reichlich bestellen würden. Besprechen Sie sich mit Riedl über die dazu erforderlichen Mittel und so weiter. B. Wagner Was soll ich Ihnen von Wagner sagen? Haben Sie ihn in Leipzig dieser Tage gesprochen? Wie stehen Sie mit ihm jetzt? Ach, es ist ein Jammer, dass wir ihm keinen Goldfluss schaffen und keine goldenen Paläste bauen können. Was macht er sich aus Bewunderung, Enthusiasmus, Hingebung und allen dergleichen unwesentlichen Dingen? Ungeachtet dessen ist es unsere Schuldigkeit und Pflicht, ihm getreu und ergebend zu verbleiben. Der gesamte Deutsche Musikverein soll eine eherne Mauer seinem Ruhme bilden. Er ist es wahrlich wert. Sehen Sie also zu, verehrter Freund, was sich mit Wagner verabreden lässt. Seit meiner Abreise von Berlin haben wir uns nicht geschrieben. Es wundert mich aber fast, dass ich nicht eine Zeile nach dem Tod Blandines von ihm erhalten. Auf Wiedersehen also, verehrter Freund. In Weimar oder Leipzig kann ich Ihnen erst sagen, was mir zu tun später möglich sein wird. Für das Jahr 1863 aber muss ich auf das bestimmteste Umdispens von dem Direktorium des Deutschen Musikvereins bitten. Mit herzlichem Gruß freundschaftlichst ergeben Franz List. PS. Schönen Dank noch für Ihre Sondershäuser Aufsätze.